So, da sind wir wieder, what's the online, Kala Franz and myself. Moin, moin. Was geht ihr Atzen, ihr Hafenkudde? Ja, ihr Brassers. So, ähm, machen wir weiter mit Quests. Wolltest du das noch machen? Ich weiß gar nicht, für was dieses Portal ist. Ach so, wir haben ein paar wenige Quests gemacht hier, äh, nicht doll, äh. Zwei oder drei. Ja, zwei, drei Quests waren nicht, waren nicht wirklich was Weltbewegendes. Trans-Mud-Terminal steht hier. Bist du da rein? Ich klicke mal rauf. Ich hab das für irgendwas. Aktivieren. Ach, das ist ein Fixpunkt. Bist du sicherlich zu lösen? Hach's nicht. Mhm, hast du's gemacht? Ja, ja. Und, wo bist du? Na, hier, aber ist wohl, wenn man fragt oder irgendwo hinreisen will, oder irgendwie, wie, das gibt doch dieses, das ist hier wie so ein Fixpunkt, wie so, wie würde man sagen, World of Warcraft, wie so ein Gasthaus, oder so. Ja. Gut, das nächste, was jetzt war, war in das Hornblasen, welches wir eingenommen haben. Naja, wir haben so ein Horn, müssen so ein Horn sammeln hier. Für so eine Quest, ne? Voller Elan erzählt, so. Irgendwo da oben. Ah, hat die noch ne Quest da, oder? Ja, ja, das ist das. Die hat immer noch mal alles erklärt, so. Einfach mitkommen, hier. Okay. Jawoll. Gut. Eine muss ja führen. So. Ja, das ist irgendwie hier lang. Boah, das ist runterfallen. Ne, ne, ich versuch das schon irgendwie halbwegs hier. Ich bin mir fast gar nicht sicher, ob man hier lang muss, so. Das ist aber... Äh, doch, ich denke schon, dass man hier lang muss. Da hilft ja auch gerade einer. Ach, hier oben das Ding. Die Riesentröte da. Das ist... Hier steht auch noch einer. Darf ich pusten? Ja. Oh, oh. Da ist was. Da tut sich was. Video? Ja. Kriegst ein Video? Hm. Ich nicht. Lass nicht das Regen übernehmen. Oh. Da sind drei. Seid gegrüßt, mächtige Fallkreis. Als loyale Untertanen des Dominion werdet ihr... Hör ich für den Sturm, Erdschreiter. Der Sturm zerstört alles in deinem Wesen. Hm. 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 Ich denke, das ist für mal ein guter Anfang. Wie haben die den einen hier mitgenommen? Oh, wir werden angegriffen. Hello. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gucken wir noch mehr. Achtung. Ja, tatsächlich. Wir gehen mal davon aus, dass nächste Welle in 13 Sekunden... Oh, ja. Hello. Ups. Sieg. Ja, Schnaufi? Was ist los, Schnaufi? Oh, Entschuldigung. Ah, sie hört nichts. Wir haben so einen Sturm hier. Ist jetzt besser? Jetzt ist besser. Wieso sagtest du das nicht direkt? Ja, weil ich es erst gehört habe, als sie wieder... Hm. Ja. So, das ist fertig, jo. Müssen wir jetzt den selben blöden Weg zurücklatschen, ja? Oh, gut. Ich gehe hier und dann jumpity jump. Ah, hier sind wir ja schon. Ist ja gar nicht so weit. Da läuft einer. Der Fetzer. Der Fetzer läuft da. So, jetzt kann ich mir was aussuchen. Das ist... Na ja, Abprallwert und so. Aber ich glaube, das ist alles für Tanks. Angriffswert. Mehr Lebenspunkte und Crit. Dann nehme ich doch das Ding. Ja, den will ich haben. Oh, gibt's ja wieder Quests. Erledige diesen Auftrag. Und mein Respekt ist dir sicher. Okay. Ich muss mal kurz in meinem Ineventar gucken. Wegen dem Brustschutz. Schütze, Schütze. Mein Brustschütz. Angelegt. Ja, ja. Ich gucke mal kurz in die Warteschlange. Ja, wir sind angemeldet für Dungeon und ein Schlachtfeld. Halbe Stunde dauerts Minimum noch. Ähm. Ja, du kannst springen. Super. Ja. Abgeschlossen. Finde die verschleppten Diplomaten. Irgendwo hier hoch. Ach, hier. Bei den Bösen wahrscheinlich. Hier liegt was. Shit, was ist das denn? Oh, das war eine Herausforderung. Was heißt das? Raus, raus. Eine Herausforderung. Guck mal hier, Banner anfassen. Müssen wir die ärgern hier, oder was? Hast du was? Ja, mach doch mal das Ding hier. Abbringen. Da unten muss auch eins, ne? Ja? Brennt jetzt. Wo muss ich... Da oben müssen. Mir ist aufgefallen, ich muss nicht... Ich drückte die ganze Zeit immer in den Questblock, um zu sehen, wo es lang geht, ne? Hm. Mir ist aufgefallen, wenn du... ...nicht gerade vor einem Objekt stehst und dann F drückst, dann zeigt er dir auch den Weg an. Oh. Okay, was ist das für ein Ding hier? Hm. Da ist was. Ja, hier ist einer, ja. Rette den Abgesandten. Stimmt. Schnitzeljagd. Wir nehmen einfach alle an. Ich lese gar nicht richtig durch. Die sind überall noch, so eine Flaggen. Ja, die müssen wir, glaube ich, alle... Ja, gerade ein Ruggler, what the fuck. Was, noch eine? Alter Schwede. Was? Was war das? Ich wollte gerade sagen, guck mal, das ist ein Tornado und weiß nicht, ob man da rein soll. Wo warst du denn? Wo isst du denn? Was? Ist das auch so ein Tornado oder was ist denn das? Ich glaube, da soll man gar nicht rein in die Dinger, oder? Keine Ahnung, echt. Guck mal, hier sind viele. Hm. Wo, 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 wo. Da kommt irgendwas von oben. Mhm. Jo. Ich glaube, die müssen ja einfach alle umhauen hier, oder? Ich weiß es nicht. Looten kann man hier auch nichts. Hm. Okay. Genau, lass mal da, wo die größere Gruppe ist. Da geben wir jetzt mal hin. Alter, machen wir ein Damage, Dinger. Äh, hier auch noch welche, siehst du? Ah, hab ich auch schon, weil ich hier nicht mehr gehört. Double, Triple. Fuckity fuck kill. Oh, da. Das meint auch so blöde Sachen hier. Ja. Ich geh mal einfach rein hier. Oder vielleicht ist hier ein Boss, oder so. Oh, hier ist ein Portal, oder irgendwas? Was ist denn das? Portal? Den Teleporter betreten? Ja, nein, sag schnell. Ja. Okay. Wo sind wir? Was ist das? Hier ist eine Höhle. Oh, guck mal hier. Gemahlin. Hier ist irgendein Boss, oder so. Verstanden. Wir haben eine vollendet, ja? Wir haben eine Ausbeordnung geschafft. Ja, ja. Und was war die alte jetzt? Das weiß ich nicht. So, wir haben... Ja, komm, das nochmal runtergeben. Wir müssen einfach noch ein paar mehr Blue Clown umballern. Dann haben wir auch die andere Herausforderung. Wo ist die? So. Ah, da sind auch schon wieder welche. Ah, ist klar. Zack und schlägt's. Und es rucket... Ich hab'n Ruckler. Ich hab'n schon wieder'n Ruckler hier. Achso, Ruckler? Ja, manchmal hängt das kurz. Wir brauchen, glaub' ich, die... Wir haben's ja fast. 80% haben wir. Die haben 80% davon. Komm, schnell. Wir müssen irgendwelche finden noch hier. Ähm... 80% machen. Scheiße, wo sind die denn? Ja, weiß ich auch nicht. Ah, da sind welche. Einer zumindest. Ah, da hinten sind auch noch was hier. Schnell rüber. Wuuuuhu. 87% haben wir jetzt. 97%. Kommt, dahinten ist noch einer. 27%. Bronzern verliehen. Bronzern verliehen. Bronzern verliehen. Bronzern verliehen. Ich schaff' das nicht bei mir. Ist das bei 44? Hm. Rausforderung bestanden. Bei mir steht, ich hab' sie bestanden. Ich hab' die auch bestanden, aber ich weiß nicht wieso. Ja, Lugu, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Äh, das bist du ja gar nicht. Du Fremdgeher, ja? Uh, Wirbelsturm. Guck mal, hast du abernten, kannst du das hier? Was abernten? Hier ist so ein Kräuter, der hier ist so ein Baum, dieser Baum hier vor mir, den kann man abernten. Er fordert Überlebenskünstler. Habe ich nicht. Ich hab' die Fähigkeiten nicht. Okay. Sooo. Ist irgendwie hier lang. Ist doch hier hoch jetzt, oder was? Ja. Irgendwie hier durch. Und ich springe mal einfach hier und da rein. Wo geht's denn lang hier? 51 Meter. Hier! Also nicht den Typen, sondern... Ja, war schon tot. Aber ich hab' wieder einen Anruf hier. Verwendet Orbital-Baubenbademount bei den Hütten der Falkrin. Okay. Hier ist auch noch was. Ach, da sind die Gefangenen. Okay. Einer hab' ich fertig. Okay. Der Typ läuft die ganze Zeit mit uns mit hier. Ich weiß auch nicht, was er will. Dieses Element kann ich nicht aufnehmen hier. Schuss egal. So, ich hab' auch einen befreit jetzt. Ach so! Ich muss wählen! Oh, jetzt hab' ich Bedarf gewählt! Ja. Ich hab' gar nicht drauf geachtet hier, ehrlich gesagt. Ich hab' gar nicht drauf geachtet hier, ehrlich gesagt. Tja, tja. Äh... Quest, wo lang? 14. 14 Meter. Ach hier! Hier! Die sollen wir kaputt bomben lassen. Diese Hütten. Oh, jetzt müsste gleich eine Bombardement kommen. Tatsächlich! Biu, biu, biu! Boah! So! Eine Hütte ist weg. So, klick mal auf so eine Hütte. Dann wird die weggebombt. Tja, tja. 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 Ah, ich muss die auch noch klicken. Was ist das denn? Tja, tja. Tja, tja. Ich bin jetzt erst bei 40 Prozent. Komm die nehmen wir auch mal mit hier. Tja, tja. Ach, hier ist wieder eine Hütte! 60 prozent heißt zwei hütten noch da hinten ist noch eine sehe ich gerade oh fette alter hau ab was will der von mir, komm ab guck mal genau ob du das brauchst oder nicht das ist ein schwert so dann mache ich einfach, ja dann mache ich bedarf und dann alles was so schusswaffen sind im zugehen halt weil die kann ich wieder nicht benutzen da hinten ist noch eine hütte oh hier sieht es aber gemütlich aus warte mal wer hier steht, der fetzer der hat eine quest hier ja wie ist der tot ja wieso hat er denn eine quest keine ahnung töte hüter akin, den müssen wir töten, aber den hat er wo gerade gemacht oder so oder er wartet hier ja pass auf, dann ballern wir den mal oben da da ist er ja schon wieder oh der geht aber ab hier wuuhu die abelkir so oh c quest fertig innovative methoden wissenschaft ohne gewalt langweilig ok gibt es noch mehr hütten? also ich habe die fertig hier mit den hütten ich muss jetzt noch so ein kriegstreiber und so ein malmer umballern eingefangenen eingefangenen guck mal ich sehe grad auf der minikarte werden angezeigt wo man hin muss aber es sind einfach nur die gegner hier so einer ist irgendwo hier vorne oh fetter hey oh hehehe alter scheiße da ist einer oh titel kadett ich habe einen helm erhalten echt? wofür? äh ich bin aufgestiegen aber ich glaube nur neue klassenfähigkeit blendgranate plasma explosion mhm ne durch questen äh steckt man ja auch also kriegt man ja auch so ränge hier ne jetzt bin ich ja kadett mhm